Und oh maaaan Oh man Meine Stimme müsste auf damit es wieder besser sein, ne? Ich könnte mir gleich nochmal ne machen Das letzte war ja sehr scheiß Headset Mikro und so billig Headset Ach, deswegen klangst du so komisch Ach so, man kann keine Shotguns verwenden? Nee Nein Nein Aber juckt doch niemanden Deswegen nutze ich sie ja Oh, watch out, you little badass over there Okay, auf der Map nutze ich sie nicht Nein, nein, nein Ich bin im Heli Ich bin im Heli Und ich kann nicht mehr fliegen Oh Gott, warum bin ich im Heli? Oh man Warum bin ich im Heli? Oh Gott, nein Here we go again Wo war nochmal schießen? Im Heli? Skanky Nein LB oder LT? Ihr könnt ja raus springen, wenn ihr wollt Mach mal LT Dein Papa wird es direkt auf die Wand Das ist eher beher nicht LT book Ich bin im Heli, der muss du hinfliegen Nur mal nebenbei, ich springe ja eh raus Ne, wa? Also Ja, ich nicht mal sagen Ja viel Spaß Weißt du, wie schwierig ist ein abstürzendes Fahrstack einfach zu übernehmen und so auf die Hauz? Er so, ich geh mal raus. Was? Ich wechsle auf einmal. Ich wechsle auf einmal. Aufziehen, hochziehen, hochziehen. Ich hab gesagt, ich steig gleich raus. Ja, selbstverständlich, dass du jetzt raus springst, damit man sich schon mal vorbereitet, dass der Heli jetzt nicht gleich abspricht. Aber es wär nur halb so lustig gewesen. Ich hab jetzt schon vier Leute, ich glaub drei Leute mit der Pumpgun abgeknallt. Ich glaub, das juckt euch nicht. Oh, wurden wir jetzt ernsthaft gekickt? Was? Ich wollte nicht gekickt. Ich schon. Warum? Weil du Fottgang benutzt hast? Okay, ich wechsle mal lieber. Du wurdest von einem Admin ausgeschlossen.